Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin euer Stormy. Die Tierliste von Metab für Update 1.7 ist draußen. Welche Saurier jetzt nach dem Update die besten Saurier sind und welche ihr nicht so benutzen sollt, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Live. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ihr seht schon mal, Tyrand eingestuft oder eingeblendet, das ist die beste Klasse, die es im Spiel gibt. Und kurz bevor es dann losgeht, möchte ich noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Denn Metab hat dieses Mal, denke ich, einen besseren Job gemacht. Ich habe jetzt vor dem Video noch nicht im Detail in die Tierlist reingeschaut, das ist also für mich das erste Mal, dass ich sie sehe. Bin aber, denke ich, zumindest so wie es beschrieben wurde, wie sie vorangegangen sind, bin ich damit, werde ich zufrieden sein. Das Ganze ist natürlich untersucht worden ohne Boost, das ist schon mal klar. Und natürlich, was für einen Einfluss der Saurier auch auf das Team hat, sprich hat man durch den Saurier einen Vorteil mit dem restlichen Team, auch wenn er nicht so gut ist, und Level Caps und so weiter. Es wurde also alles beleuchtet. Und als erstes haben sie quasi eine Umfrage gemacht unter den Leuten, die das machen, das sind einige, und haben geschaut, in einer anonymen Umfrage, welche Saurier werden denn wie eingestuft. Und da kam natürlich etwas gewisses raus. Und die Saurier, die 66 Prozent, weniger als 66 Prozent Übereinstimmung hatten, also wo die Leute mehrheitlich auch für gestimmt haben, die wurden nochmal separat untersucht und wurden dann eben nochmal verändert, wenn nach der Diskussion eben soweit war. Und als drittes haben sie mit der Person, die diesen Fieldguide-App gemacht, haben sie ein Programm geschrieben quasi, was die Kämpfe simuliert. Und das waren dann über 6.000 Kämpfe, die gemacht wurden. Die haben dann letzten Endes die Saurier noch mal angepasst, wenn es denn nötig war. Und das hört sich für mich doch schon mal sehr gut an. Und ich hoffe, die Saurier werden mir das Ganze auch zeigen. Ich muss gerade rechtlich sagen, wir haben hier Tyrant-Klasse und wir sehen schon Dillo Racheaus, Paco Ceratops, Erli Dominus, Erlico Spüx, Magna Puritor, Torodolosaurus und der gute Trykosaurus. Neu auf jeden Fall dabei, auf jeden Fall Torodolosaurus und der ist nach dem Update, denke ich, weiterhin sehr, sehr gut und ich finde es gut, dass er dabei ist. Er hat einen kleinen Buff bekommen und der neue Erlico Spüx, den sehe ich auch da. Ich habe ihn leider noch nicht, aber eventuell kann ich ihn bald machen. Tyrant-Klasse bin ich mit einverstanden nach aktuellem Stand. Eventuell fällt uns ja gleich noch ein Saurier auf, der da auch reingehört hätte, meiner Meinung nach, aber ich bin mit dem Stand tatsächlich zufrieden. Aguzeratops als einzigster Legendäre drin ist natürlich gleich gut geblieben. Swap-In-Fähigkeiten damit den Impact aufs Team ist natürlich immens gut. Dann haben wir die Apex-Klasse. Und ich sollte vielleicht auch sagen, die Stat-Boosts jetzt am Anfang werden sie was anderes machen. Am Ende, wenn alles gemaxt ist, kommt natürlich die Tierliste wieder zur Geltung und am Anfang jetzt natürlich, wenn man einseitig boostet, kann auch mal ein Indoraptor natürlich Tyrant sein, wenn man ihn gut geboostet hat am Anfang, auf einem passenden Level hat. Aber das hat natürlich bei der Betrachtung keine Rolle gespielt und deswegen sind diese Saurier hier. Bei Apex, wieder drei Stufen, die höchste, da ist der Tioratscher bei. Ihn hätte ich vielleicht sogar in die Beste getan, aber ich finde, der ist gut aufgehoben. Kupulyv ist auch da hinzugekommen, Indoraptor ist da mit Monostego-Tops. Monostego-Tops, ja, sollte auch weiterhin gut sein. Da haben wir noch den Nontorex. Tuoramoloch. Hat der einen großen Buff bekommen? Er hat eine kleine Attackänderung, glaube ich, bekommen. Weiß nicht, ob ich ihn, als es so gut befinde, mit Standard werden, dass er da aufgehoben ist. Und Uta Sino, Abdon, Uta Rinex, ja. Uta Rinex sollte, ja, er muss anders gespielt werden, aber er ist da definitiv aufgehoben. Dann haben wir unten drunter Alusino mit Montuanodon als Beispiel, den neuen, nicht Karnotaurus, den Hybriden. Und auch Proceratomimus als auch Suchotato. Also hier sind schon bei Apex definitiv ein paar Saurier dabei, die von der Seltenheitsstufe da eigentlich nicht hingehören. Und das finde ich doch ganz cool. Und eins tiefer haben wir tatsächlich den Ornitomimus. Und der ist meiner Meinung nach, ist der so gut? Gut, er hat Swap-Out und kann sofortige Ablenkung. Vielleicht deswegen da reingerutscht. Da ist auch Gemini-Titan drin. Links daneben die Vorstufe der legendäre Langenhals. Ah, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Al-Ankylosaurus haben wir auch dabei. An-Kyntro noch so als Tank. Ja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist, also bei Apex, die Saurier, die hier aufgelistet sind, die sind ungefähr gleich stark. Egal, ob welche Klasse sie jetzt kommen, würde ich mal so behaupten. Und ich bin am Schauen und bin damit tatsächlich zufrieden. Wenn ihr da irgendwie jetzt eine krasse Abweichung seht, die ich nicht sehe, wo ihr sagt, nee, der gehört da auf keinen Fall hin, schreibt das bitte in die Kommentare. So vor meinem persönlichen Befinden. Inklusive Startboost hat hier der Spieluntersuchus nichts mehr verloren, denn den spielt kaum noch einer und ich selbst werde ihn auch nicht Startboosten. Es lohnt sich aus meiner Sicht gar nicht, denn das Startboosting nutze ich dann lieber für einzigartige Saurier. Die sind dann auf einem niedrigen Level besser und die kann ich langfristig leveln. Also habe ich davon mehr. Von daher, Spieluntersuchus gehört vielleicht hierhin. Wenn man das Ganze ohne Startboosting betrachtet, auch natürlich die Konkurrenz-Saurier, dann ist er sicherlich gegen die Tanks immer noch genauso gut wie vorher. Kommen wir auf die nächste Folie. Da haben wir noch Alpha-Klasse, also nicht ganz Apex, aber immer noch so weit, so gut. Da haben wir den neuen Smynodon dabei, sehe ich sofort. Diplodocus ist dabei, Brachio ist dabei. Ich finde, Brachio mit der Damage Reduction ist, sollte ein bisschen tiefer als der Diplodocus gerankt werden. Dann haben wir hier auch den einzigartigen Stygidarex. Ja, die Flugsauere sind halt nicht ganz so pralle. Dann haben wir hier noch dazu den neuen Spielonyx, genau, und den alten Nodopato. Ja, okay, passt soweit. Kento Saus finde ich gut, dass er da oben aufgehoben ist. Dracroix auch noch. Ich denke, das hat auch das Turnier gezeigt, dass diese in Kombination gut zu spielen sind. Und ich glaube, das Turnier hat auch dabei tatsächlich geholfen, dass die Liste ein bisschen besser aussieht, zumindest, wenn es um die Beurteilung des persönlichen Empfindens ging. Genauso, Sinozeratops finde ich super gut, auch auf dem passenden Level. Wir haben es gesehen in den Freundschaftskämpfen. Also bei den Strike-Events sehr hilfreich. Dann haben wir unten nächste Alpha-Stufe. Da haben wir den Eliko dabei. Mal Subchaline, Eslasmothernium von dem neuen. Was haben wir denn hier noch? Da ist tatsächlich, sind noch ein paar Legendäre bei. Das fällt mir gerade erst auf. Einige Flugsauere, ne, der Flugsauere da oben ist dabei. Dann der Monomimus Monolometrodon. Aber auch der Pyritator und Ratschakülo. Ist der Ratschakülo so schlecht? Ich würde ihn nicht auf eine Ebene setzen mit Monomimus. Ratschakülo sollte besser sein, auch wenn ich das vielleicht nicht so perfekt beurteilen kann. Okay. Und der neue Legendäre Flugsauere. Flugsauere sollten sie generell mal buffen. Gerade wenn man diese Bilder sieht, wenn es nach dem persönlichen Empfinden geht, aber auch natürlich nach den Werten im Eins-gegen-Eins-Fight. Und das schneiden sie einfach nicht so gut ab. Ja, das funktioniert noch nicht so gut mit den aktuellen Werten, die sie haben. Und ich glaube, da sollte Rudia mal etwas dann machen. Da sollte mal ein Vogel-Buff-Update kommen. Vor allen Dingen hat kaum jemand die Flugsauere gelevelt. Von daher würden sie da auch nochmal ein breiteres Spektrum der Leveligkeit, so nenne ich es jetzt mal, fördern. Kommen wir langsam zu den schlechteren Saueren. Und hier haben wir nur noch die Beta-Klasse. Da ist der Allosaurus dabei. Da haben wir in Oteros, Grupo, Saus, Ratscha, Segodonto, Ankylo, Codon, Diplotator hier dabei. Von denen halte ich immer noch nichts. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob sie eine grasse Änderung haben. Tabosaurus ist auch dabei. Delta. Und jetzt mal no joke. Delta ist zweitschnellste Saurier im Spiel. Und Ornithomimus ist so weit dem Weg gelaufen. Vielleicht wegen der sofortigen Ablenkung und dann wegen dem Auswechseln. Aber ich finde Delta von der Spielweise her, ja, er kann nicht sofortige Ablenkungen, aber er kann dafür in der Runde Schaden machen. Wenn man ihn ein bisschen anders spielt als Ornithomimus, ist er gleichwertig. Ich weiß, Ornithomimus mit der sofortigen Ablenkung, die kann man spielen, wenn man möchte. Man lenkt den Gegner schon Schaden ab, wenn er nicht Übermächtigen hat. Swappt ihn out, swappt in auf den Dracozeratops oder whatever. Da macht man ordentlich Damage. Aber ich finde Delta nicht in dem Verhältnis schlechter, wie es hier dargestellt ist. Zumindest meine Meinung. Gut, der Raptor, Zeratops, Monolopho haben wir noch dabei. Ich denke, der Rest sollte klar gehen. Kommen wir zur nächsten Folie. Es sind ein paar, sind es noch. Dann haben wir jetzt hier Survivor. Die sind also noch ein bisschen schlechter. Dann haben wir den Gallimimus. Dabei auch der Gallimimus zum Ornithomimus. Zum Breiterabstand. Ich weiß es nicht. Dann haben wir Ankylo dabei. Der ist sicherlich nicht so gut Terranodon. Okay, Konkaminator. Die beiden habe ich auf jeden Fall auch häufiger bei dem Turnier gesehen, was dafür sprechen würde, dass sie eigentlich etwas besser sind. Aber, okay. Philozerabdor sicherlich nicht mehr so prallert. Das ist so korrekt. Dann Skolo haben wir hier. Das Stecker, das passt so weit. Du Jango da unten noch. Schauen wir mal noch die beiden letzten Klassen an und schauen mal, was da so Sache ist. Die vorletzte Klasse. Danach haben wir die ganzen Spezialfälle aus den Zonen. Mit Suchmimus, Parasarolophus. Da ist auch der neue Flugvogel dabei. Und der neue Flugvogel, er war zumindest nervig im Tutorial. Ob das ihn berechtigt? Nicht Scavenger, sondern eher höher zu sein. Ich weiß nicht. Irgendwo muss man ja auch den Cut machen. Dann haben wir da noch Zapato mit dem vielen Leben. Der ist nicht so Irritator. Irritator selbst hier unten. Aber man braucht ihn so krass. Das ist schon erstaunlich. Als Gopterix. Ja, ich denke, das passt so weit. Sehe ich hier irgendwas komplett anders? Ne, würde ich so nicht sagen, ja. Und noch die letzten, die leider schwächsten. Und da ist dann wieder die weiteren Zonsaurier dabei. Mit Diplokaolos. Und Junga Saus. Oh, bei. Ja, Ankylo. Dimophrodon. Die sind nicht so krass. Aber Dimophrodon. Ja. Wie gesagt, ich finde das immer ein bisschen schwierig. So wie die Liste erstellt wurde, ist das jetzt vollkommen richtig. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt eine Liste erstellen würde, wo es auch darum geht, wie stark sind die Saurier? Gerade für Anfänger in Strike Events. Dann ist der Dimophrodon sicherlich besser als die letzte Stufe. Ja, er hat einen geringen Angriffswert. Aber mit dem Swap in Blutungsschaden ist er für anfängliche Spieler sehr, sehr gut geeignet. Und für die ersten Strike Events. Vielleicht sollte man, ich habe es doch seit dem letzten Mal nicht geschafft, das fällt mir gerade auf, man so eine Liste machen, ja, mit auch Strike Events reinnehmen. Wie gut sie sich da drin schlagen. Wie leicht die Saurier zu bekommen sind. Ich finde das immer noch ein sehr wichtiger Wert. Weil was nützt mir ein Tyrann-Saurier, wenn ich ihn 6, 7 Level unter einem anderen Saurier habe, weil ich einfach an die Bestandteile nicht rankomme. Aber ich bin, denke ich, mit der Liste zufrieden. Wenn ich irgendwas übersehen haben sollte, weist mich bitte darauf hin. Und schreibt mal eure besten Saurier so in die Kommentare, dass ich mal so weiß, was ihr so spielt. Und was eigentlich so das Beste ist, was man nutzen sollte. Was so eure Meinung dazu ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Auch wenn es jetzt nicht so perfekt vorbereitet war. Aber ich bin tatsächlich positiv überrascht. Auch wenn jetzt vielleicht nicht sich so viel an der Liste getan hat. Ich hatte das Gefühl, es hat sich einiges getan. So ein, zwei Stellen, wo ich dann nicht unbedingt zustimme. Aber das muss ich auch nicht. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das eine gute Liste, um jetzt, wenn man mit dem Spiel beginnt, zu schauen, wo sollte ich am ehesten auf die Hybrid-Jagd gehen. Wo sollte ich zum Beispiel, welchen einzigartigen sollte man, wenn man an die Bestandteile gut rankommt, als erstes freischalten? Sollte man anstatt dann auf den Trygo gehen? Okay, Trygo hat den T-Rex als Bestandteil, ja, die Dominos auch. Indoraptor war aber jetzt nicht ganz so gut. Also vielleicht eher auf den Trygo anstatt auf den Indoraptor gehen. Einfach, dass man seine langfristigen Ziele und damit auch seinen Status im Spiel besser versteht und dann langfristig gut planen kann. Ich denke, dafür ist das auf jeden Fall eine super gute Liste. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und ja, nächste Woche spätestens kommen die Videos dann wieder früher. Sorry nochmal dafür. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.